happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei RetroCampbell ich spiele heute bei Free Fire Max, BR Racket geht nicht mehr, deswegen muss ich normales BR spielen und dann spiele ich gleich das Wort viel spaß ok die er so eine Wetteroyale geht los ich mache für mich jetzt immer so eine eigene wie soll ich das sagen eine eigene Mission ich springe ab und sammle nur den Haufen ein wo der Computer sagt dass ich da was kriege oder das Spiel sagt hier da kriegst du was sammle das ein und sammle halt die ganzen Haufen ein und ich sammle halt die wenn ich jemanden gekehrt habe und das sammle ich ein und die Goldtürmchen oder die Kisten aber so die Haufen die auf dem Boden sind nicht nur wo der Computer sagt ja das darf ich einsammeln deswegen muss ich jetzt sehr weit weg von den anderen alle starten weil ich darf nicht alles einsammeln und die Waffen darf ich auch nicht wechseln so lauf ich hier mal ein bisschen rum also Pilze darf ich natürlich auch einsammeln aber hier den Haufen darf ich nicht einsammeln den ich manchmal muss ich einen einsammeln wenn ich äh zum Dingens hin muss wo kein anderer Weg ist zum Beispiel ich muss auf eine Treppe hochlegen und da liegt genau vor der Treppe so ein Haufen da sage ich auch immer ok anders komme ich da sowieso nicht hoch den muss ich einsammeln noch keine Nachricht kriegt was ich einsammeln soll Mensch Kisten darf ich auch einsammeln oder ja Kisten auch ja ja ist ich nicht ich es Und ich probiere mit jeder Waffe die ich habe mindestens 1 Kill zu machen. Oh nur 4 Schuss. Ok das war's. Keine Munition mehr. Den darf ich einsammeln. Und. Ich habe immer noch nichts wo ich was einsammeln soll. Hm. Ah ich habe eine Nachricht gekriegt. Und wo ist es? Ok. Es wird mir nur noch ein Kill mit dem Katar und mit der Mini Uzi. Mit Katar Mini Uzi glaube ich ein bisschen schwieriger. Am meisten geht das nach nicht da unten ist was um einsammeln. Schauen wir mal. Zum Beispiel wenn ich da oben jetzt was hätte. Den da oben einsammeln müsste. Müsste ja hier hochlaufen und kommen automatisch hier durch. Deswegen sag ich den. Darf ich dann auch noch mit einsammeln. Los. Lauf doch. Ah. Mist. Mist 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 Mist. Ok. Jetzt will nur noch. Minutzi. Zack. Es wird schwierig. Obwohl ich habe genug Schuss mit der Minutzi. Jetzt da hochlaufen. Die auflaufen. Hä? Ach so da. F. 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 ist da vielleicht ein KI, dann habe ich die Mini Uzi auch fertig mit den Kilpen. Nein, leider nicht. Los, komm her! Schneller, 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 und? Jawohl! Da unten einsammeln. Oder da. Ich glaube, das hätte ich gerade umgehen können, das Teil, was ich eigentlich so mit habe. Hochklettern, zack zack zack. Da beim Haus bin ich jetzt mal ein bisschen in Sicherheit. Oh, Mist. Ich bin gekillt, man. Schauen wir uns was denn drum an. Gut gespielt. Na, wechselt da was? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. Noch zwei Spiele dahinten ist er. Oh. Dreck dich. Ah. Kein Verbandscasting hat wahrscheinlich. Gut gespielt. Ich war vierter. Nicht schlecht. Geht aber besser normal. Gut, dann geht es jetzt bei CS rein. Da spiele ich wie gewohnt. Nicht so mit einer extra Regel wie ich hier spiele bei BR. Gut. Gut. Dann sage ich mal bis gleich. Und da startet auch schon die Runde Clash Squad. Erstmal meine Rüstung und eine Pistole, die ich sowieso habe. Und einen Pilz, besser gesagt. Rüstung kaufen. Weil die anderen haben doch alle hier eine Waffe. Da, der und der. Ich muss eigentlich nur bei die bleiben. Wenn einer von denen stirbt, dann nehme ich mir seine Waffe. Oh. Ah ja. Mist. Keine Waffe. Okay. Oh. Ich war der beste Spieler. Das war ein Versehen. Das wollte ich gar nicht. Okay. Hi. Hm. In dieser Runde. Mit dieser Pistole. Schade. Ach. Boah, ja klar. Boah. Das war eine schnelle Runde. So ein Mist. Was habe ich denn hier? Nichts für mich, womit ich einigermaßen spielen kann. Hoch hin um zum Fahrstuhl und schauen ob da einer kommt. Hm hm hm. Ach Mensch, schade, schade, schade. Was machst du da? Ja. Oh, ich war wieder der beste. Wie soll das denn sein? Ich war da tot. So viel schon habe ich auch nicht gemacht. Okay. Mit der kann ich einigermaßen spielen. Leichte Rüstung. Dankeschön. Ich glaube, die ist besser. Okay. 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 First slide. Ah, nicht hochgekommen. So ein Mist. Da oben. Gut, jetzt können wir uns richtig ausrüsten, das ist schon die letzte Runde wahrscheinlich. Ich würde eigentlich die MP40 nehmen. Naja. Hier gehe ich meinen alten Weg, meinen Lieblingsweg, den mittlerweile irgendwie sehr viele gehen. Okay. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR